Musik So meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, es ist sein. So, in der letzten Folge, was war da passiert? Wir haben mit Dr. Leitner gesprochen, oder beziehungsweise vielmehr mit ihm geschrieben. Und, ja, widersprüche ich das Ganze. Wir wollten ein Foto von seinen Armen sehen, weil unsere Mutter ihn ja gesehen hatte ohne Gips. Er hat uns tatsächlich ein Foto mit Gips, es war für mich mehr ein Verband, gezeigt. Aber Fotos sind zeitlos. Folge dessen könnte es auch gut vorgetäuscht sein. Tja, nun ist er mehr als enttäuscht von uns. Pech für ihn. Aber reicht das, um ihn zu verdächtigen, oder beziehungsweise dafür, dass er, könnte er das überhaupt sein? So, denn zudem war es so, dass Serena, dass die, ja, der Administrator, der Fenster, das einfach ist, und alle Toten gebannt hat. Das heißt, Gabriela schreibt uns nicht mehr, Jonathan kann nicht mehr schreiben, was weiß ich, wer noch alles tot ist, kann nicht mehr schreiben. Weil, Serena sagt, ne, alles klar. So, Norma Ziegler. Sie will was von uns privat. Nun, es ist interessant, was kann sie von uns wollen? Ähm. Oh, geht das Fenster nicht auf. Ähm, ne, ne, ne. Hallo, Norma. Ich bin bereit, Norma. Ja. Jetzt geht's los. Vorgestern. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte ungünstiger kaum sein. Dennoch wollte ich dir kurz Danke sagen, mein guter. Mir Danke sagen? Hä, wofür das denn? Das andere wäre so so nix sagen gewesen. Erinnerst du dich noch? Äh, was genau? Bitte. Hallo, Frau Ziegler. Mein Name ist Tomji. Wir bräuchten Ihre Hilfe. Es geht um ein altes Buch von Ihnen. Äh, was? Was passiert jetzt gerade? Das war vor genau fünf Tagen. Da waren Henry und ich noch Spinnenfeind. Was ist denn, was ist denn Spinnenfeind? Ich kenne so etwas gar nicht. Und heute... Ah, es geht darum, dass sie, ähm, naja, Amore. Dass sie, äh, muy, muy grande Amore machen. Was ich damit sagen möchte. Was ist denn Spinnenfeind? Noch nie was von gelesen gehört. Ich meine, ich bin ja schon alt, ne? Aber das... Hör mal, let me aus. Ohne dich hätte ich niemals erkannt, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Und dass Henry in Wirklichkeit ein wundervoller Mensch ist. Ja, aber dadurch schwebst du jetzt ebenfalls in Lebensgefahr. Ähm, das zum Thema geistreicher Scharlatan. Solltest du das nicht eher Henry sagen? Das habe ich, Tom G. Das ist gut. Das ist sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Normalerweise bin ich keine Person großer Worte, wenn es um Gefühle geht. Aber gestern Abend habe ich Henry offenbart, wie sehr ich ihn mag. Er hat sich gefreut wie ein kleiner Junge. Tja. Norman Henry. Big Love. Ich schäme mich so dafür, was ich ihm angetan habe. Ich habe mit meinem Buch wissentlich sein Leben zerstört. Und er umsorgt mich so liebevoll, als wäre nie etwas gewesen. Tja. So etwas, ja. Nennt man blindvoll Liebe oder so, ne? Mhm. Und auch wenn die Umstände die schlechte hätten sein können. Ich bin wirklich glücklich, dass ich euch allesamt kennenlernen durfte. Ach, wie schön. Davon haben wir bloß nicht mehr sehr viel. Also wir zumindest heute dann auch nicht mehr. Ich bin wirklich glücklich, selbst werden wir das alle nicht überstehen. Ja, okay. Ähm, jetzt werden Sie bitte nicht sentimental. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Norma. Wir überstehen das Ganze, ganz sicher. Naja, niemals die Hoffnung verlieren und so, ne? Ich wünsche es mir so sehr. Jetzt aber genug Gefühlsdüselei. Wenn wir diesen Albtraum tatsächlich überleben, setze ich mich sofort an ein neues Buch. Das ist schön. 101 Dinge, die man tun sollte, nachdem man einen tödlichen Fluch überlebt hat. Ja. 101. Warum 101? Nun. Dann, ähm... Viel Spaß dabei. So, was ist hier los? Warum geht hier nichts mehr? Warum geht hier nichts mehr? Heute ist mein Schlapp-Topp extrem schlapp. Lea? Ach, herrje, bitte nicht. Ich weiß, ich wollte mich nicht mehr bei dir melden. Aber ich liebe dich so sehr. Und ich habe auch versucht, mit dir abzuschließen. Das ist gut. Das ist gut. Ne? Reisende Leute sollen wir nicht aufhalten und so weiter. Verdammt, Tomji, wieso? Ja, weil ich, ähm... Nur mit meinen... Weil ich... Äh, ja. Wieso machst du mir jetzt so große Hoffnung? Und tust mir das so sehr weh? Äh, tust mir dann so sehr weh? Du hast mir mein Herz gebrochen. Ach, geh auf dich. Lea, es tut mir leid. Stell dich nicht so an. Ich kann leider nicht mehr rückgängig machen. Genau. Was du getan hast, war auch nicht in Ordnung, Lea. Na, nun, das ist ja totaler Bütz. Aber sowohl als auch. War nicht in Ordnung, aber andersrum... Waren wir auch nicht cool, ne? Aber ich glaube, die eiskalte Antwort wäre so... Ähm... Spare dir das? Ja, genau. Ich glaube, das wäre einfach so... Damit sind wir sie los. Einfach allemal. Yeah. Lasst uns einfach die Mädels... Diese... Das ist immer so anstrengend. So dieses... Dieses Liebescheiß da mit der... Weil das einfach... Das hat mit der Story einfach irgendwie nichts zu tun, weißt du? Das... Unser Ring geht auch ohne Liebesgeknudel. Trotz all dem bist du immer noch zu wichtig. Als dass ich dich einfach ignorieren kann. Ich merke doch, dass mit dir etwas nicht stimmt. Dass dich irgendwas belastet. Wenn ich dir also jemals etwas bedeutet habe... Dann sei jetzt endlich ehrlich zu mir und hilf mir. Ja, ehrlich zu mir. Glaub mir, Lea. Schon bald wirst du mich verstehen. Wäre es alles anders, als du denkst? Sorry, Lea. Aber ich kann dir gerade nicht mehr sagen. So genau. Schon bald wirst du mich verstehen. Genau so machen wir das. Weil entweder ist er tot. Und dann sagst du, ach schade, er ist tot. Und kann verstehen, dass er jetzt tot ist. Oder wir erzählen es nicht. Schon bald? Bitte sag mir, was los ist. Schon bald? Sag mal. Könnt ihr mal auf und rum so bohren. Ich verstehe nicht, wieso du es mir nicht verraten willst. Ich muss erst mal rothaarige Flach legen. Und dann kann ich was sagen. Nein, darum geht es gar nicht. Aber dann beantworte mir wenigstens diese Frage. Die Sache ist die, bedeutet dir diese Nora wirklich so viel? Mehr als unsere Beziehung. Die Sache ist die, wir werden sie jetzt nicht mit reiten. Eine schwierige Entscheidung steht mir vor. Du musst dich nun für eine der beiden Frauen entscheiden. Lea oder Nora. Für wen schlägt dein Herz? Für gar keinen. Warum? Weil es unwichtig ist. Es ist einfach brutal unwichtig. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass wir eigentlich abweisend zu Lea sein sollten, um Lea nicht in diese Geschichte mit reinzuziehen. Damit es nicht auch das Video gucken muss oder so ein Scheißen, die irgendwann verrecken wird. Aber warum muss ich mich jetzt hier entscheiden? Das ist doch keine Love Story hier oder sowas. Das ist ein Horrorspiel. Finde ich nicht cool. Weil das ist uninteressant tatsächlich. Super uninteressant. Kann ich mich nicht für keinen für den entscheiden? Ich entscheide mich für Lea. Ich entscheide mich für Nora. Wie dusselig. Also, Nora bedeutet uns nicht so viel, weil wir sie ja nicht mal persönlich getroffen haben. Folge dessen wäre es natürlich uns nicht irgendwie... Es wäre so, als würde ich mich in eine Chat-Liebe verknallen und dann nur noch alles, meine ganze Zukunft darauf aufbauen, irgendwie mit ihr was anzufangen. Und dann kennt man sie gar nicht mal. Und dann ist es doch alles für den Arsch. Nein, wir entscheiden uns für Lea. Das, was ich natürlich nicht tue, weil ich die Entscheidung jetzt toll finde, sondern... Sende das jetzt. Unsinn, Lea. Ja, ich liebe dich, weil ich das, ähm... Ja, Sende das sagt man jetzt auch noch. Geht das nicht? Kann ich nicht. Ich kann das nicht senden. Ah. Ähm. Verbessert. Die Sache ist die, dass das... Es ist unsere... Es passt einfach gerade nicht. Es passt nicht. Mehr als du dir je vorstellen kannst. Genau. Warum denn? Es ist... Es passt einfach nicht. Wieso wolltest du mich denn mit Nora betrügen, weil wir nicht zusammen waren und ich einfach geil war? So einfach sieht es aus. So. Wieso hast du alles aufs Spiel gesetzt? Ich weiß es doch auch nicht. Das war alles ein Riesenfehler. Es war... Es war irgendwie aufregend, aber sie hat mir nie etwas bedeutet. Genau. So. Damit sind wir sie vielleicht auch nochmal los. Lea und Nora weg und alles weg und dann ist gut. Dann haben wir wieder einen freien Kopf und können hier gerade ausdenken jetzt hier. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Nicht? Ja. Und ich habe schon mit den Gedanken gespielt, uns endgültig aufzugeben. Ja. Wäre besser. Aber das, was wir haben, ist mir zu wichtig. Schön. Ich bin bereit, dir zu verzeihen. Das ist aber nett. Und vertraust du mir dann auch dein ganzes Leben lang in der Zeit, oder zumindest in dieser Zeit, wo wir zusammen sind, wenn es 10 Jahre, 20 Jahre, 13 Jahre sind und mit den Gedanken, dass ich etwas mit Nora haben wollte, kannst du das verkraften? Doch ich verspreche mir ab sofort immer ehrlich zu mir sein. Ich werde dich nie wieder enttäuschen. Ich finde, es passt einfach nicht. In diesen Situationen und vor allem am Tag 7 nicht. Es passt einfach nicht rein. Jetzt am Tag 7, wo wir dann sowieso sterben sollen. Oder der entscheidende Tag quasi ist. Wir haben ja eigentlich ganz andere Dinge gekommen. Wir sollen heute sterben und haben für sowas eigentlich gar keine Zeit. So sehe ich das. Ach, jetzt kommt Mutter auch noch. Ach. Moin, mein Junge. Den Vater ist ein wahrlicher Engel. Das ist ein wunderbares Essen. Und heute Morgen hätte er mich mit einem tollen Frühstück überrascht. Und du wirst es nicht glauben. Willst du mich heiraten? Noch einmal? Das passt. Das passt wirklich. Diese Folge. Ich kriege gerade echt einen Bart von hier bis nach Moskau. Alter, ehrlich. Das ist irre. Hört das mit dem Liebesgeschwafel endlich mal auf heute? Wow. Paps hat den Antrag gemacht. Noch einmal? Geht so etwas? Jetzt zieht Papa aber alle Regisse. Naja, gut. Na komm, was ist hier? Wieso kann ich nichts sagen? Okay. Na komm, wir steigen auf diese Romantikschiene komplett ein. Jetzt sind wir von Norma gefühlsduselig geworden. Und von Lea. Und jetzt kommt Mutti ihn auch noch an und sagt, ja, mit den Vater ist total romantisch. Die wollten mit mir gehen. Wurde nochmal heiraten. Auf dem Ponce-Schiff. Auf dem Meer. Den Vater beweisen wir immer wieder aufs Neue, dass es sich zu kämpfen lohnt. Hanna und du ebenso. Tja, das ist nett. Bums. Als der Tumor festgestellt wurde, habe er mir Kraft gegeben. Dank euch fühle ich mich wie im siebten Himmel. Jung. Mein Backbuch, das Polter scheuen wird. Und jetzt die Erneuerung unseres Ehegelübdes. Wow. Das hast du dir echt verdient, Mutti. Und ich freue mich mit dir. Nichts sagen. Nichts sagen ist immer das Geilste. Komm, und ich freue mich. Und ich freue mich mit dir, Mutti. Mutti, ich freue mich für dich. Das ist lieb, mein Jung. Aber jetzt erzähle ich Ihnen erstmal noch die tollen Neuigkeiten. Mach's gut, mein Jung. Ja. Mach's gut. Ich muss, ich muss, das ist laut hier. Ich muss tatsächlich heute mal Musik reinschneiden. Aber wir haben ja gar kein Video bis jetzt gehabt. Deswegen werde ich heute ein bisschen Musik reinschneiden. Es ist hier Toberwo. Toberwo. So. Ihr hört selber, es knackt und knallt überall. Ja. Mach das. Mach das wieder weg. Mach das weg. Ich will das nicht mehr. Da. Nu. Au. Jetzt wird spannend wieder. Da, 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 da. Wer hätte gedacht, dass diese zwei Kanalratten einen Fluchtversuch wagen. Dafür haben sie nun ihre gerechte Strafe erhalten. Finger ab, Beine ab, Hände ab, alles ab. Ein weiterer Versuch. Und sie werden mit dir ein Leben bezahlen. Du mieses Dreckschwein. Was hast du den beiden angetan? Was willst du von mir? Das ist das Wichtigste. Meine Wege nehmen die anderen, aber lass mich in Ruhe. Dazu wollte ich gerade kommen. Warte. Das Mikrofon, soll ich mal die Hand halten. Aber es geht doch nichts über die richtige Motivation. Jetzt kriegen wir ein Video geschickt. Ich weiß, dass ihr im Besitz von Serena's Blakes Polizeiakte seid. Bringt diese heute Abend um Punkt 21.30 Uhr zu Serena's Grab. Machen wir. Wenn nicht, werden Kira und euer Prof bluten. Eure Zeit läuft. Die Sache ist die, mit der Zeit, das ist wohl irgendwie so ein Tick. Serena sagt, Zeit läuft. Er sagt, Zeit läuft. Überall läuft die Zeit. Uns läuft die Zeit davon. Okay. Okay. Unbekannt hat den Chat verlassen. Ich komme ja immer nicht raus. Löt mich raus hier. Okay. Ähm. Organparty rein und nächste Folge oder wie muck wie das? Ah komm, wir gucken mal mal rein auf die von uns beiden Jungs. Fucky, ich glaube, ich glaube, es ist nix. Ich will ihn nur noch raus aus dieser scheiße Bude. Leute, der Führer hat sich wieder bei mir gemeldet. Warum eigentlich immer bei uns? Kann er sich nicht bei Tayuman, Tessa, Elke? Er möchte also unbedingt Einsicht in Serenas Akte? Können wir nicht einfach eine Kopie schicken? Oder wir beiden die Kopie und er kriegt das Original? Es steht wohl außer Frage, dass wir darauf eingehen müssen. Fragst dich nur, was er damit will. Ja, was denn wohl? Vernichten vielleicht? Oder so? Was, wenn es eine Falle ist? Mit Sicherheit? Wir haben doch eh keine andere Wahl. Genau, wir geben einfach auf. Ich sehe das genauso wie Henry. Außerdem öffnet sich uns die einmalige Chance, ihn endlich gefasst zu bekommen. Ich werde ein Team am und um den Friedhof platzieren. Und sobald der Kel sich blicken lässt, werden meine Freunde, meine Freunde, meine Leute zugreifen. Auf keinen Fall! ich werde nicht zulassen, dass sie Kiaras Leben leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich halte es auch für keine gute Idee. Cedric, mir läuft die Zeit davon. Es geht hier nicht nur um Kiara. Unser aller Leben steht auf dem Spiel. Ja, Cedric, ja, unser aller Leben. Ich sehe, ich stelle mir diese Träume zu. Ich finde es eine klasse, super tolle Idee. Wir müssen Sarinas Mord endlich erfassen. Willkommen. Ansonsten werden wir bald nichts mehr in Erinnerung sein. Und dann können wir weiterreden mit der Grande Amore, was hier die ganze Tage schon läuft zwischen deiner Mutter und deinem Vater oder dieser Norma und Endry oder was ist hier noch eine Grande Amore zwischen dir und Lea. Dann machen wir ein sehr, sehr Grande Amore. Nichts ist härter als die Wahrheit. Helmut, dein Plan? Meine Männer sind auf solche Einsätze spezialisiert. Na, das will ich doch stark hoffen. Du bist bei der Polizei. Sie werden als Zivilisten getarnt und bereit, einige Zeit in Vorausstellung zu beziehen. Sag mal, aber fällt das nicht irgendwie auf, so zufällig, so nach so einem 21.30 Uhr auf dem Friedhof mitten im Dunkeln sind zufällig ein Riesenantrag an Menschen da, die dann alle gerade jetzt zum Friedhof wollen und ihre Toten betrauern. Wie willst du das denn? Wie willst du das denn? Na, egal. Diese Spezialeinheit ist darauf ausgerichtet und auffällig zu agieren. Wir werden den Ganzen heute endlich ein Ende bereiten. Vielen Dank für die expliziten Ausführung, Herr Kommissar. Okay, das war der Mörder. Oh Gott, Kira, geht es dir gut? Nein. Noch geht es dir gut. Also. Ja, war doch klar, dass es der Mörder ist, aber äh, 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 äh. Schon mal drüber nachgedacht? Der hätte das Handy doch, der hätte es doch gecatcht. Okay, dann machen wir es nochmal anders. Wieso zweckt ihr mich immer wieder Böses zu tun? Oh mein Gott, das ist sie nicht, Kira. Das ist die Entführer. Ja. Ja, mei. Ich muss sagen, ich habe euch unterschätzt und wir sind ziemlich dumm. Wer hätte gedacht, dass Kira im Besitz eines Zweitennis ist? Ich korrigiere, im Besitz war. Ihr hättet die ganze Zeit Kontakt und ich habe nix davon mitbekommen. Und obendrauf besetzt ihr die Dreistigkeit, mir eine Falle stellen zu wollen. Ich bin euer Hinterlistigkeit so langsam überdrüssig. Hinterlistigkeit? Du hast Leute von uns ermordet. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Oh. Diesmal lasse ich meine Wortentaten folgen und die Konsequenz wird fatal sein. Äh, ich seh nichts zu gut. Ich seh große, große, große Scheiße. Ich seh sehr sehr. Dummese Schwein, ich schwöre. Ich schwöre, ich mach dich eiskalt kalt. Mein Team und ich werden uns zurückhalten. Tun Sie jetzt nix Unüberlegtes. Fuck. Er ist offline. Wir müssen doch irgendwas tun. Sag mal, seid ihr nicht auch drauf gekommen, dass der, dass der Führer sich in den Chat aufhält? Zumal er wirklich Chiara hat. Vielleicht hätte man Chiara irgendwie rauslöschen müssen oder so. Aber so weit denken unsere Leute hier ja nicht. Ich wollte auch schon die ganze Zeit mal irgendwie mal sagen, bestimmt, Lucia hat der Typ mit zu. So, meine Kinderchen. What is here los? Okay, Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und sehen dann, wie es denn vielleicht ausgeht oder weitergeht, wie auch immer. Vielen Dank fürs Reinschalten, es war sehr unterhaltsam und bis zum nächsten Mal. Ciao.